Ja, wunderbar. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Markscreening mit wenigen Klicks, der neue Forex Screener. Ich freue mich, dass wir hier bei FXFlat diese Woche eine weitere Neuvorstellung haben. Neuvorstellung insofern, dass das das erste Webinar ist mit dem Thema. Aber erstmal, mein Name ist Nels Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FXFlat. Das Webinar werden wir heute mit AlgoCamp machen, beziehungsweise mit David Varney, den ich Sie gleich auch nochmal begrüße, beziehungsweise vorstelle und bevor ich aber jetzt erstmal rüber wechsel, müssen wir nichtsdestotrotz einmal den Risikohinweis zeigen, beziehungsweise auch lesen und zur Kenntnis nehmen. Das Webinar dient nur zu Schulungszwecken und ja, nichtsdestotrotz müssen Sie Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Diese Veranstaltung bitte nicht als Empfehlung verstehen. Vielen Dank nochmal an die Teilnehmer, die nochmal ein Feedback geben bezüglich Ton und Bild. Wunderbar, scheint alles zu klappen. Okay, ich habe es eben kurz schon angerissen. Heute das Webinar mit David Varney von AlgoCamp. Ich begrüße hier an der Stelle nochmal offiziell. Hallo David. Und ja, freue mich sehr auf das Thema und dass du das auch mit uns hier heute Abend vorstellst. Und deswegen wollen wir jetzt nicht mehr Zeit verlieren. Ich übergebe den Bildschirm und wünsche allen viel Spaß. So, super, vielen Dank. Dann schalte ich erstmal den passenden Bildschirm frei. So, jetzt sehen wir den Forex Screener. Ja, von mir auch ein herzliches Willkommen in die Runde. Einen schönen guten Abend zusammen und ja, es freut mich, dass wir heute so zahlreich hier zusammengekommen sind. Dieses Mal nicht zum Thema automatisierten Börsenhandel, sondern dieses Mal mit dem Forex Screener. Ein neues Unternehmen, was quasi von den Gründern von AlgoCamp aufstand, jetzt so aufgestellt, dass es ein eigenständiges Projekt, ein eigenständiges Unternehmen ist. Forex Screener. Und wir, Prea, sind in den letzten Wochen oder Monaten schon in einer Beta-Phase gewesen und gehen jetzt in den nächsten Tagen über in die finale Version. Und das heute ist auch das erste Webinar, das erste Video, was es dazu gibt, also die erste wirkliche Erklärung. Und das wird, denke ich mal, heute ein spannendes Thema werden. Wir werden heute auch viel im Meta-Trader unterwegs sein. Keine PowerPoint-Präsentation, die ich heute betreut vorlese, sondern heute geht es wirklich in der Praxis her. Ja, und ja, mein Name ist David Barner. Ich, die meisten kennen mich wahrscheinlich vom IroCamp, aber wie gesagt, heute geht es um den Forex Screener. Und ja, was ist überhaupt der Forex Screener? Ich denke mal, die einigen, einige von Ihnen haben das sich schon mal angesehen. Vielleicht haben die ein oder anderen auch schon einen Account. Was ist so der Hintergedanke, was ist eigentlich der Forex Screener? Der Name ist etwas irritierend, aber bewusst gewählt. Ich denke mal, so merkt man sich den wahrscheinlich einfacher. Forex Screener heißt nicht, dass wir nur Devisen screenen können, sondern wir können den Gesamtmarkt scannen. So, Forex Screener ist kein, ich sag mal, kein Produkt, was sich Theoretiker entwickelt haben, die sich überlegt haben, was können wir jetzt irgendwas auf die Beine stellen und was können wir jetzt irgendwas Buntes bauen, was wir den Leuten verkaufen können, sondern der Forex Screener stammt halt wirklich von Tradern, auch in Zusammenarbeit mit Tradern. Und hier fließt halt sehr, sehr viel Praxiserfahrung rein, die wir zum Beispiel auch in der Kundenarbeit mit IroCamp gewonnen haben, die wir einfach in Gesprächen mit Tradern herausgefunden haben. Der Forex Screener ist grob gesagt oder kurz gesagt ein Online-Markt-Screener, um den gesamten Markt zu scannen. Das heißt, Devisen, Aktien, Rohstoffe, Kryptowährungen, auch ganz spannend für viele. Das heißt, wir haben hier eigentlich alles, was handelbar ist in einem Screener. So, der Screener ist ja, wie ich am Anfang gesagt hatte, jetzt momentan noch in einer Beta-Phase. Das ist auch alles immer noch kostenlos. Hier kann man sich jeder kostenlosen Account erstellen auf Forex-Screener.de. Einfach runter scrollen und klicken hier auf kostenlos anmelden und das ist auch kostenlos. Also hier verlängert sich nichts automatisch. Da müssen Sie keine Angst haben. Und ja, mit dem Forex-Screener können wir den gesamten Markt scannen, aber durch die Beta-Phase haben wir natürlich momentan noch nicht unser ganzes Pulver verfeuert. Das heißt, wir haben hier momentan noch nicht alle handelbaren Assets drin, sondern wir haben hier momentan eine kleine Auswahl drin. Wir haben zum Beispiel alle Assets, die wir momentan im Meta-Trader von FX-Platz handeln können. Die sind hier alle drin. Und wofür brauchen wir eigentlich einen Forex-Screener oder was war so der Hintergedanke? Wir kennen wahrscheinlich, wenn wir Screening hören, dann kennen wir wahrscheinlich FinBIS oder vielleicht ein paar andere Online-Screener. Die habe ich auch früher ganz gerne genutzt, weil sie wirklich praktisch waren. Aber was mich immer so dabei gestört hat, ist, dass ich immer mehrere Lösungen gebraucht habe. Ich konnte zum Beispiel FinBIS, das ist gar keine Frage, natürlich sehr schön und stark von den Funktionen, aber wir haben da nur US-Aktien. Möchte ich dann beispielsweise andere Sachen scannen wie deutsche Aktien oder Visen oder Indizes oder CFDs, dann musste ich wieder irgendwelche anderen Scanner nutzen. Und ich hätte nie so das eine Produkt, sondern ich musste immer mehrere Sachen gleichzeitig haben. Dann war es noch so, dass der eine Screener dann nicht mit meinem Browser oder mit dem Mac funktioniert hat. Das ging dann nicht auf dem Smartphone. Und das war halt schon nervig, dass wir immer zum Teil Software nutzen mussten, die wirklich optisch gar nicht so aktuell war. Natürlich kommt es im ersten Moment auf die Funktionalität an. Das heißt, wir wollen viele Screener haben, wir wollen den Markt scannen. Aber irgendwie scannt das Auge auch mit und wir wollen auch nicht den ganzen Tag auf irgendwelche veralteten technischen Schauen. Wie gesagt, Funktionen natürlich an erster Stelle, aber was mich auch gestört hat, ist, dass wirklich viele Sachen einfach vor Jahren entwickelt wurden und nicht mit der Zeit gegangen sind. Das ist beim Forex Screener nicht so. Beim Forex Screener brauchen wir beispielsweise keinen Plugin. Also wir können alles vollkommen im Browser nutzen. Das ist das Schöne, was ich sehr angenehm finde. Wir müssen also nichts uns auf dem Computer wieder installieren. Wir haben nicht ein weiteres Programm, was wir zu den tausend anderen Programmen nutzen müssen, die wir schon haben, sondern wir haben das alles online. Wir können es auch auf unserem Smartphone nutzen, auf unser Tablet nutzen. Das ist vollkommen egal, ob wir den Safari, den Internet Explorer, Firefox, was auch immer nutzen. Das alles geht auch ohne etwas zu installieren, vollkommen im Browser. Und das ist der Forex Screener. Ein weiterer Vorteil, den wir jetzt hier gerade als FX-Bread-Kunden noch haben, ist der, dass die gesamten Datenbasis von dem Screener, da gehen wir gleich direkt zu dem Screener, von FX-Bread stammt. Das heißt, es sind genau die Kurse, die Sie auch in dem Meta-Trailer zum Beispiel sehen. Also genau die Kurse haben wir auch da drin. Wieso ist das so wichtig, denkt man sich im ersten Moment. Wir kennen das wahrscheinlich, wenn wir zum Beispiel bei FinBiz oder egal welchen Screener etwas gescreent haben. Wir haben zum Beispiel gesehen, oh, hier haben wir das Jahreshoch durchbrochen. Dann haben wir unseren Meta-Trailer aufgemacht, haben nachgeguckt, haben hier das Jahreshoch gebrochen. Und hier sehen wir irgendwie, beispielsweise, zum Beispiel, haben wir das Jahreshoch nicht durchbrochen. So, dann denken wir uns, hm, ist hier irgendwas, war es kaputt? Nein, es liegt nur an der unterschiedlichen Datenbasis. Das heißt, FinBiz hat halt ihre eigene Datenbasis. Und hier der Forex-Screener, der läuft halt mit den Daten aus dem Meta-Trailer von FX-Bread. Hat halt wirklich einen Vorteil, wenn ich jetzt mir im Forex-Screener irgendwelche Filter zusammenbaue und ich Assets herausfinde und ich dann im Meta-Trailer nachgucke, dann finde ich auch diese vor. Und zwar, genau, also ich kann das identisch nachvollziehen, das machen wir gleich ausführlich. Wenn ich mir also Assets anzeigen lasse, die sieben grüne Candles in Folge haben und ich hier rüber switche in meinem Meta-Trailer das Asset aufmache, dann sehe ich auch die sieben grünen Candles hier. Und das finde ich persönlich auch sehr angenehm, als wenn man immer so ein bisschen Abstriche machen muss. Man kann es nicht genau nachvollziehen, stimmt das jetzt, was das Grüne sagt? Das haben wir halt hier nicht. Und so haben wir halt die Möglichkeit, dass wir als Datenbasis für das Screening die Daten von unserem Broker nutzen, von FX-Bread, dass wir mit den Daten handeln, dass wir mit den Daten das Charting haben. Also alles läuft halt auf eine Basis. Das ist im Alltag viel angenehmer, es ist fehlerfreier, weil wir halt keine Differenzen haben und das ist auch unter anderem so ein großer Vorteil. So, und der weitere Vorteil ist, dass wir halt von den Funktionen her, von den Filterfunktionen, wir gehen also wirklich gleich in den Screener rein, dass wir hier extrem stark sind von den Funktionen. Nochmal, wir sind momentan immer noch in einer Vorabphase, wo wir wirklich sehr, sehr dankbar sind, wenn wir Feedback bekommen. Das heißt, wir sind kein steifes Unternehmen, wo 20 Anträge ausgefüllt werden müssen, damit wir irgendwo einen Filter einbauen, sondern wir freuen uns wirklich über jeden einzelnen Vorschlag, wenn jemand uns anschreibt und sagt, hier, baut doch mal folgenden Filter ein, den finde ich ganz interessant, dann schauen wir uns den an und bauen ihn auch gerne ein. Natürlich brauchen wir nicht garantiert alles ein, wir überlegen uns dann schon oder bewerten es intern und besprechen es intern, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es für viele interessant wäre, aber momentan sind wir so aufgestellt, dass wir sagen, wir bauen lieber ein, zwei Filter zu viel ein und bauen ihn im Notfall später noch aus, wenn ihn keiner nutzt. Also, wir bleiben hier unserem Motto wirklich treu, dass wir sagen, der Funktionen ist von Tradern für Tradern gemacht. Das ist eigentlich ein alter, langweiliger Spruch, aber wir leben dieses Motto hier halt auch wirklich durch. So, also wir haben einen Online-Screener, da laufen wir den Daten von der Expert, wir haben hier viele Filter und die Filter sind noch alle, also wir haben auch hier bei den Filtern nicht unser Pulververfeuer, weil wir finden hier noch weitere Filter, wir haben intern schon eine große Liste mit Filtern, die wir noch einbauen wollen und wie gesagt, wir sind wirklich, wirklich dankbar über jeden Vorschlag, der von Ihnen da draußen kommt, um weitere Filter einzubauen. Gut, gehen wir mal direkt in den Filter, also Sie könnten das ja auch gerne parallel zu Hause nebenbei schon mal machen, Sie machen es nach dem Webinar, wenn Sie noch keinen Account haben, klicken Sie einfach hier auf Gratis-Account erstellen, oder können Sie sich auch noch ein paar Sachen durchlesen oder hier unten auf Kosmos anmelden, dann tragen Sie Ihre Daten ein und dann bekommen Sie, ich glaube, nach zwei, drei Minuten die Zugangsdaten, können Sie sich einloggen und dann, wenn wir eingeloggt sind, haben wir dann auch hier den Zugang zum Screener. Ich klicke hier mal rauf und dann sehen wir auch gleich den Screener live im Einsatz mit allen Funktionen. So, da haben wir den Screener. So ist er aufgebaut, also wir sind hier vom Design her schlank, also wir wollten uns hier auf das Wesentliche konzentrieren und wir haben hier oben den Filter. Wir haben zur ersten Erklärung, Erklärung, sind wir hier in zwei Kategorien aufgeurteilt. Das heißt, wir haben die Basic Filter, also die grundlegenden Filter und wir haben Event Filter. Beides wird noch demnächst sehr, sehr stark ausgebaut. Das sind wirklich nur Anfangsfilter. Sie unterscheiden sich wie vor. Basic Filter, das sind so, ich denke mal, die Filter, die wir die meisten halt kennen. Das heißt, zeige mir beispielsweise alle Assets, die um 20% gestiegen sind, zeige mir die Assets an, die über dem Supertrend sind oder über dem Pivotpunkt sind und so weiter. Und mit den Event Filtern, da kriegen wir quasi, ja, fast Real-Time Signale heraus. Das heißt, ich könnte jetzt hier im Event Filter einstellen, ich will jetzt mal alle Assets sehen, wo der Supertrend vor einer Kerze, vor zwei Kerzen, vor drei Kerzen, vor vier Kerzen gekreuzt, also gewechselt wurde. So, das bedeutet, wenn ich jetzt auf vor einer Kerze stelle, dann sehe ich natürlich alle die Assets, die gerade ganz frisch ihren Supertrend gewechselt haben. So, ich kann den Filter hier einfach wieder löschen, dann ist er rausgenommen und sage, ich möchte jetzt aber mal quasi in Real-Time sehen, alle Assets, die vor einer Kerze ihren MACD gekreuzt haben. Dann sehe ich die hier. Also das Event Filter, das sind quasi so Real-Time Filter, um jetzt quasi ein Signal zu bekommen. So, das können wir hier wieder rausnehmen. Wir können das Ganze auch kombinieren. Also ich kann natürlich auch sagen, zeige mir die an, wo ein Hammer vor maximal drei Kerzen war und ich möchte den Supertrend gewechselt haben vor maximal zwei Kerzen. So, auch zur Erklärung hier unten sehen wir generell immer die, natürlich die Auswahl, das heißt, all die Assets, die wir hier sehen, die erfüllen die Kriterien von hier oben und die Tabelle erweitert sich immer um die Filter, die wir oben ausgewählt haben. Das heißt, wir haben hier zwei Filter, einmal den Hammer-Filter und einmal den Filter, wann der Supertrend gewechselt wurde. Und die Werte sehen wir dann auch nochmal hier drin. Das heißt, wir haben gesagt, maximal darf das Kreuzen vom Hammer oder die Generierung vom Hammer vor drei Kerzen sein und dann sehen wir hier auch in der Tabelle, wann das, wann der Hammer generiert wurde. Also zwei bedeutet vor zwei Kerzen, drei vor drei Kerzen, beim Supertrend das Gleiche, hier in der letzten Candle, in der vorletzten Candle. Das heißt, wir haben ja auch nochmal die Info, wie aktuell war das Ganze. Wenn ich also das Ganze höher stelle, sozusagen das Kreuzen kann auch vor, die Generierung kann vor sechs Candles gewesen sein und der Supertrend-Cross auch, dann sehe ich halt hier auch die Spann und kann mir halt gucken und sehe vielleicht, ah, hier Euro gegen Brüttel Pfund, da war es vor drei Kerzen beziehungsweise vor fünf Kerzen, hier ist es ein bisschen aktueller und so weiter. Das sind die Event-Filter. Da geht es mir wirklich darum, was ist jetzt vor kurzem passiert. So, die Filter können wir einfach wieder entfernen, einzeln, wir sagen jetzt hier, den möchte ich nicht mehr und klicken auf die kleine Mülltonne daneben. Das möchte ich auch nicht mehr. So, und jetzt kommen wir zu den Basic-Filtern. Das sind, denke ich mal, momentan noch die spannendsten Filter und mit den Filtern können wir sehr, sehr viel testen. Das, finde ich, macht sehr viel Spaß und wenn wir so gewisse, ja, es gibt zwei Arten, um heranzugehen. Entweder sage ich, ich möchte eine ganz gewisse Art von Assets finden, die ich handeln möchte. Ich habe so Kriterien im Kopf und dann überlege ich mir, wie finde ich die mit den Filtern raus oder ich gehe anders heran, dass ich einfach die Filter durchteste und dann schaue, ob die Assets, die ich dadurch finde, passend sind zu meinem Trading-Setup. Aber gehen wir einfach mal die Filter erstmal grob durch von der Basis. Wir können hier oben sagen, welchen Zeitintervall wir filtern wollen. Das heißt, wir haben hier genau die Zeitintervalle, die wir auch im Metatrader haben, das heißt M1, M5, M15, M3, also alle, die wir auch hier oben im Metatrader haben. Das ist für uns mal ganz wichtig, dass wir hier wirklich die Verbindung haben zwischen Theorie im Screener und der Praxis, dem Live-Trading, dass wir also hier nicht irgendwelche Zeitintervalle haben, die wir im Metatrader gar nicht prüfen können oder, ich sag mal, ein Nachhandel natürlich, aber halt hier nicht visualisieren können. Das heißt, das ist sehr, sehr stark angebunden an die Umgebung vom Metatrader. Ich kann also sagen, ich möchte generell nur die Setups auf Daily prüfen. So, das heißt, wenn ich natürlich jetzt zum Beispiel nur Daily Candles aktiviere und ich wähle zum Beispiel dazu noch, dass ich den Supertrend aufwärts haben möchte, dann bedeutet das, dass alle Filter, die halt, ja, einfach die Daten als Basis haben, der MACD, der Supertrend oder und so weiter, dass dafür dann Tagescannels verwendet werden für die Rechnung. Oder ein anderes Beispiel, was nochmal einfacher ist, Filter grüne Kerzen in Folge. So, wenn ich jetzt sage, ich möchte Assets haben, die mindestens drei grüne Kennels in Folge haben und ich habe hier oben die Tagesbasis aktiviert, dann heißt es natürlich drei Tagescannels in Folge. Stelle ich das Ganze jetzt auf Stundenbasis runter, dann bedeutet das, zeige mir die Assets an, wo wir drei Stunde einscannels in Folge grün haben. So, das können wir jetzt gleich auch einfach mal nachprüfen. So, wenn ich jetzt hier den Stundenfilter rausnehme, das ist auch sehr interessant, ich nehme den hier raus und ich habe nur die drei grünen Kennels, dann überprüft er alle Zeitintervalle. Und das sehen wir hier in der Spalte, in der Zeitperiode. Hier haben wir jetzt beispielsweise H1, drei grüne Kennels, hier haben wir ganz interessant der US-Dollar gegen die kanadischen, da haben wir auf Minute eins sieben grüne Kennels in Folge. Das können wir einfach mal gleich hier drüben auch nachgucken. Das war der US-Dollar kanadische. Dann gehen wir hier oben auf Minute eins und dann sehen wir, klicken wir zurück, dass wir hier die starke, viele Bewegungen in einer Richtung hatten. Also die ganzen grünen Kennels nach oben. Also hier sind wir jetzt nicht grün, aber positive Kennels. Wichtig dabei, damit man nicht irritiert ist bei der Überprüfung, er verwendet für die Berechnung immer nur abgeschlossene Kerzen. Das heißt, die aktuelle Kerze, die noch in der Generierung ist, fällt hier nicht mit rein, weil wir sonst dann nicht ein Hin- und Herflippen der Signale hätten. Das heißt, eine Kerze muss abgeschlossen sein, damit sie hier berücksichtigt wird. So. Das gleiche können wir jetzt auch nochmal extremer stellen. Das finde ich mal einen sehr interessanten Filter. Was hat denn überhaupt zehn grüne Kerzen in Folge? Ja, momentan Marktphase wahrscheinlich nicht so viel wie bei den roten Kennels. Das heißt, wir können hier mit den Filtern schon mal so eine erste Indikation finden, wie eigentlich so der Markt gerade bestimmt ist. Wir haben jetzt hier sechs grüne Candels in Folge, da gibt es was, sieben grüne Candels. Es gibt eigentlich nur eine Aktie, die momentan sieben grüne Candels in Folge hat, auch noch auf Monatsbasis. Gucken wir uns einfach mal an. Gehen wir das Symbol hier ein. Gucken auch mal auf Monatsbasis. Und da sind wir wirklich da, die ganzen Monate, die abgeschlossenen Monate, die sind alle grün. So. So, ich gucke mal kurz in die Fragebox, damit sich das nicht allzu sehr anstaut zum Ende. Hier kam die Frage, ob man alle Filtern in EA packen kann, um das automatisch zu handeln. Nein, das geht nicht. Also, der Screener hier, der wird nicht automatisch handeln. Hier kann man sich wirklich nur die Signale selbst, also, wie heißt die Signale, generieren. Hier gibt es ja keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen, sondern wir können halt den Markt scannen nach Assets, die uns gefallen. Was auch ein Mitgrund war dafür, wieso wir den Floor Screener entwickelt haben, ist, dass einfach wirklich die Masse einfach immer nur den Euro-Dollar und den DAX handelt. Das hat, glaube ich, ja, zwei Hauptgründe. Zum einen, weil wir zwei Sachen kennen und wir gerne die Sachen handeln, die wir halt kennen. Also, ich glaube, die wenigsten handeln die türkische Lehrer gegen den südafrikanischen Rand oder norwegische Kron. Und, ja, den DAX, da ist es das Gleiche. Und die zwei Sachen sind natürlich auch sehr günstig zu handeln. Also, natürlich, die Sachen, die alle handeln wollen, da unterbieten sich natürlich auch gerne den, ja, die Broker, was den Spread angeht. Und das sind einfach zwei beliebte Sachen, die möchte jeder handeln. Die sind günstig, die kennt jeder. Dabei ist es aber immer wieder so, dass eigentlich, ich meine, wenn wir alleine die US-Aktien ansehen, dann haben wir circa 6.500 US-Aktien, die wir handeln können. Es gibt noch deutsche Aktien. Es gibt viele Kryptowährungen und so weiter. Also, das Angebot an handelbaren Assets, das ist einfach gigantisch. Und wir alle handeln immer nur den Euro-Dollar und den DAX. Natürlich, also, das ist gar nicht böse gemeint. Wir kennen die zwei Sachen. Wir haben den Bezug dazu. Aber, was halt sehr schade ist, wir schauen zum Teil tagelang auf Euro-Dollar und DAX. Es bewegt sich nichts. Oder wir versuchen immer, in diesen Märkten zu handeln, wo vielleicht gerade wirklich keine Bewegung ist. Aber, dabei gibt es momentan bestimmt mindestens zehn andere Werte, die eine viel bessere Gelegenheit hat, um zu handeln. Also, die viel saubere Setups haben, wo viel mehr Bewegung drin ist. Und das alles können wir halt mit dem Forex-Grüner-Filter. Das ist ja auch ein Hauptziel dafür gewesen. Deswegen, wir müssen ja gar nicht große Aktenwissenschaften starten und irgendwelche Filter zusammenbauen, wo wir eine halbe Stunde dran sitzen. Das ist gar nicht zwingend notwendig, sondern ich kann ja mit einfachen Filtern, wie hier die 24-Stunden-Änderung sagen, oder einen ersten Anzeichen finden. Wie ist der Markt überhaupt getickt? Ich sage jetzt mal, zeig mir mal die Assets an, die in den letzten 24 Stunden sich mindestens um 10% positiv bewegt haben. Gibt es hier nichts. So, dann gehe ich weiter runter auf 5%. Da gibt es schon mal ein paar Assets. Das Ganze mache ich jetzt noch auf Tagesbasis. Also, die Assets nicht doppelt sind. Oh, zwei Werte. Dann mache ich das Ganze jetzt mal für 5% negativ und lasse mir das Ganze mal da anschauen, anzeigen. So, wie viele Assets waren unter 5%? So, da haben wir ein Asset. Gucken wir mal, wie sieht es bei 3% aus? Dann schauen wir jetzt generell einfach mal. Das ist auch ein sehr gutes Anzeichen. Ich zeige mir einfach mal alle an, die negativ sind. Da sehen wir schon mal, äh, die positiv sind. Da sehen wir schon mal eine ganz gute Auswahl. Jetzt hier haben wir 51 Assets aus unserer Auswahl. Jetzt zeigen wir mal die an, die negativ sind. Da haben wir ein bisschen mehr 68. Wenn wir das gestern angewendet haben, dann haben wir zum Beispiel einen ganz klaren Trend gesehen. Da war fast nichts positiv, da war alles negativ. Und mit solchen einfachen Sachen können wir zum Beispiel einfach schon mal unseren Markt filtern, was wir heute handeln wollen, rund um die Uhr. Okay, dann gucke ich mal weiter die Fragen durch und dann machen wir auch wieder weiter im Programm. Werden immer alle Assets angezeigt von FX-Bets oder kann man Symbole ausblenden, wie im MT4 möglich. Wir müssen uns das so vorstellen. Im Hintergrund beziehen wir uns, ziehen wir die Daten von FX-Bet und die werden von uns manuell hinzugefügt. Das heißt, wenn jetzt von heute auf morgen FX-Bet ein neues Symbol hinzufügt, dann müssen wir das auch erst freischalten für den Forex-Screener. Als Benutzer kann man sich die Sachen nicht ausblenden. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, ich möchte den Euro-Dollar nicht mehr sehen, weil ich kann ihn einfach nicht mehr ab, dann können Sie den hier nicht ausblenden, aber Sie können halt durch die Kategorien filtern. Also wenn Sie jetzt sagen, ich möchte, ich will den ganzen Wiesen und anderen Kram gar nicht haben, ich will nur Kryptowährungen handeln, dann gehen wir öfter auf Kryptowährungen und dann sehen wir halt hier die Kryptowährungen. So können wir es halt filtern. Aber einzelne Assets ausblenden, das geht hier momentan nicht. So, dann gucken wir mal weiter. Gibt es auch einen Dark Mode? Das ist eine interessante Frage. Im macOS, da haben wir gerade auch einen Dark Mode bekommen, wenn Sie sich viele gewünscht haben. Ne, gibt es momentan nicht, aber solche Funktionen, solche Wünsche nehmen wir sehr, sehr gerne an. Gerne, ich schreibe mir das gerne nochmal auf, aber generell, wenn solche Ideen kommen, gerne zu uns. Wir sind da total offen und freuen uns über solche Ideen. So, und dann schauen wir mal nochmal weiter. Wie viel wird der finale Screener kosten? Genau, momentan ist er noch kostenlos. Wir arbeiten momentan auch daran, dass wir das auch eventuell kostenlos hinbekommen für FX-Wert-Kunden, aber es ist noch nicht spruchreif, da kann man auch nichts weiter genauer zu sagen. In der finalen Version wird er wahrscheinlich mit den Funktionen, die noch kommen, kommen wird um die 49 Euro Euro kosten. Aber er bleibt noch etwas kostenlos und wir geben uns Mühe, dass wir den auch für, ja, auch noch weiterhin kostenlos anbieten können. So, die nächste Frage. Gibt es oder wird es die Möglichkeit geben, einen selbstbestimmten SMA, wie auch die Zeiteinheiten, zum Beispiel 10 Minuten anzugeben? Genau, dass wir jetzt beispielsweise hier sagen, Distanz zum SMA 21, dass man also diese 21 quasi frei einstellen könnte, das steht auch auf unserer Liste, auf unserer Ideenliste, können wir momentan auch nicht genau sagen, ob das geht. Es wird im nächsten Schritt auf jeden Fall weitere SMAs geben und auch EMAs in weiteren Schritten, 10, 20, 50, 100, 200, um das auszubauen. Kann ich mir aber sehr gut vorstellen, dass wir auch früher oder später eventuell noch diese Funktion einbauen, um das einzusetzen, also um das individuell anzupassen. Was Zeitintervall angeht, da ist es momentan gar nicht geplant, weil wir halt hier mal gerne den Bezug haben zum MetaTrader. Das heißt, am MetaTrader 4 haben wir halt keine 10 Minuten, von daher haben wir es momentan hier auch nicht in der Auswahl, aber auch sowas nehmen wir sofort mit auf unsere Ideenliste und wenn solche Wünsche, wir müssen natürlich bei den Wünschen mal ein bisschen drauf achten, wie ist der Nutzen im Verhältnis zum Aufwand, wenn bei solchen aufwendigeren Funktionen viele Wünsche kommen, die sich, wenn sich das viele wünschen, dann sind wir die Letzten, die sagen, das brauchen wir nicht ein. Wie gesagt, für uns ist das ein Fokus, was die als Trader da draußen halt haben möchten. So, klasse, kann ich von dem Screener direkt in die Charts wechseln? Da muss ich den Screener parallel laufen wechseln. Ja, da haben wir auch noch eine tolle Sache momentan und zwar haben wir hier gerade einen tollen Deal mit TradingView erreicht und zwar, was ich noch nicht gezeigt habe, wenn Sie hier die Assets ausgewählt haben und Sie klicken beispielsweise auf ein Symbol rauf, dann kommen Sie auf eine neue Seite, auf eine Detailseite, die lebt bei mir gerade etwas langsamer, weil ich als Admin eingebaut bin und dann lädt ich noch ein paar Sachen mit. Und zwar haben wir hier gleich eine Detailseite, wo wir alle Filterwerte auch nochmal sehen. Also, wir haben halt hier einen Wert, da sehen wir die ganzen Filterwerte, also klar, Open, Close, High, Low, die 24-Stunden-Änderung, die Distanz zum High, die Wochenend-Gab, die Tagesveränderung, vor wie vielen Candles gab es einen Hammer, wie ist das Tagespivot bestimmt, wann gab es den letzten Cross, das alles sehen wir hier noch auf einer Detailseite, was auch sehr interessant ist und hier oben wird es dann auch noch einen Chart geben, wo Sie auch Linien einzeichnen können, also wir sehr interaktiv mit arbeiten können, so wie im Metatrader und den befüllen wir auch mit den Kursen vom jeweiligen Broker. Also, jetzt in dem Fall würden wir dann auch die Charts hier oben mit den Kursen von der AppExit befüllen, so dass sie dann nicht, dass es keine Abweichung gibt zwischen dem Chart hier und dem Chart aus dem Metatrader. Aber, das ist gerade in der Entwicklung, das ist wahrscheinlich die, ja, die nächste Funktion, die noch kommen wird. Also, es gibt auch hier Charts, um sich das direkt anzusehen, dass man also nicht direkt, wenn man hier vorne was gefunden hat, erst mal den Metatrader aufmacht, das Symbol eingibt und dann, ach gut, also, um dann noch ein bisschen schneller zu sein, bauen wir den Chart hier ein. Was nicht geht, ist, dass ich hier auf ein Asset klicke und dann der Metatrader sich eröffnet. Das geht, das geht leider nicht. So, Vorschlag für einen Filter. Eher super. Den kopiere ich mal sofort raus und packe mir den in meine To-Do-Liste. So, den habe ich. Vielen Dank dafür. Dann gucken wir mal noch weiter. Dann gibt es einen Filter für Rangebars. Gibt es momentan nicht, aber hier das Gleiche. Lassen Sie mich gerne auf die Ideenliste mit auf. Dann gucken wir noch mal weiter. So. Ich möchte einen Trade sehen, in den man jetzt eingeben könnte. Ja, kommen wir gleich zu. Ich muss erst mal die Fragen abarbeiten und dann kommen wir auch zu den möglichen Trades. So. COT-Daten steht auch auf der To-Do-Liste. Auch da für ATX und Parabolixer. Genau, Parabolixer und ADX kommt auch mit auf die Liste. Da habe ich eine richtig große To-Do-Liste für heute. Ja, schön, dass da auch Vorschläge reinkommen, ne? Also, das zeigt ja auch das Interesse. So, ich würde gerne nach Asset-Arten filtern. Währung, Kryptowährung, Aktien, ETFs und so. Ja, das geht hier oben schon. Wir haben hier die Asset-Kategorie. Hier können wir nach Forex, Index, Stocks, Commodities und Kryptowährungen filtern. Wir werden unser Asset-Angebot auch noch erweitern und dann gibt es natürlich auch noch hier weitere Kategorien, wenn weitere Assets davon mit hinzukommen. So, letzte Frage, dann geht es auch wieder weiter im Programm. Kann man sich Filtersets abspeichern? Das geht momentan noch nicht. Wir können die Sachen leider nicht abspeichern, die wir haben, aber das steht auch auf unserer Ideen-Liste. Ist vom Aufwand relativ groß, aber wie gesagt, wenn die Wünsche hier kommen, dann setzen wir das auch um. Ich schreibe mir das auch nochmal auf, dass der Wunsch nochmal kam und dann können wir das inzwischen bewerten. Gut, dann schauen wir jetzt mal, was wir in der Praxis so machen können. Also, Basic-Filter, Event-Filter, das kennen wir soweit. Hier oben das sind so ein bisschen Basic-Sachen. Wir können uns mit wirklich wenigen Klicks schon einen Überblick verschaffen über den Markt, was ich so interessant finde, mit der 24-Stunden-Veränderung zum Beispiel. Und hier können wir, da werden wir auch, also wir haben in den letzten Monaten auch einige Umfragen gestartet, einfach nur wirklich nach Feedback bei uns, was da wichtig ist und haben auch sehr, sehr viele Antworten erhalten. Aber es gab so zwei Wünsche, die sehr, sehr oft kamen, und zwar, was sich der Nutzer vom Vox wieder am meisten wünscht. Und die Top-2-Wünsche waren halt Weiterbildung und Schulungen, was wir heute quasi offiziell damit anfangen. Und der zweite Wunsch, der sehr, sehr oft kam, waren weitere Filter einzubauen. Also, die zwei Sachen, die geben wir momentan sehr, sehr stark an, um die umzusetzen, und da sind wir auch sehr gut dabei. Okay. Nehmen wir einfach mal ein ganz praktisches Beispiel. Wir haben also hier theoretisch tausende Möglichkeiten, die wir nutzen können. Ich kann jetzt natürlich einfach nur rumklicken und hier irgendeinen Mist zusammenbauen, aber das hat jetzt relativ wenig Sinn. So. Beispielsweise eine Filterart, die ich selbst auch immer sehr gerne nutze, ist einfach, starke Aktien in einem schwachen Umfeld zu scannen. Das heißt, wenn wir uns den Aktienmarkt angucken, das machen wir einfach mal direkt, ohne dass ich jetzt irgendeine vorangenommene Meinung habe. Ich sage, zeige mir nur die Aktien an. Und ich möchte hier die Monatsveränderung sehen. Ähm, ich sage quasi ganz knapp, zeige mir alle Assets an, die positiv waren im Monat. Also, wir sehen hier hinten die Monatsveränderung. Nicht verwechseln, das ist die 24-Stunden-Veränderung, die Monatsveränderung. Das waren jetzt sogar 99 positiv. Dann switchen wir das Ganze mal um und sagen, zeige mir jetzt die negativen an. Dann haben wir hier eine größere Liste. Da sind wir hier jetzt circa fast 600. So. Man könnte sagen, der letzte Monat war ein schwacher Monat, was für die Gesamtperformance angeht. Also, damit wir bewegen uns jetzt einfach mal auf Tagescandles, um ein bisschen besser zu filtern. Ja, so. Ich möchte jetzt also, ich weiß, ich habe ein schwaches Umfeld und ich möchte einfach mal schauen, welche Aktien denn momentan auch gerade stark sind. Könnte ich mal so, kann ich verschiedene Herangehensweisen hier haben. Entweder sage ich dann, ja, dann möchte ich aber mal sehen, welche Aktien jetzt stark sind innerhalb des Monats und schauen wir einfach mal an, wo ist so die Performance nach oben hin gut. Und alleine bei 2,5% haben wir hier nur 9 Aktien in der Auswahl. Und du kannst einfach, ja, verschiedene Aktien ansehen. Nehmen wir doch mal die MCD. Schauen uns die hier an. So, und was sehen wir hier? Eine extrem, extrem starke Aktie. Also, so wie alle anderen auch. Wir sehen hier ganz rechts in der Spalte die Monatsveränderung, wo wir nochmal die einzelnen Monatsveränderungen sehen. Hier haben wir auch fast 23%. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, um 2 zu finden, wo wir sagen, schwache oder die Theorie dahinter, wie besagt, Aktien, die in einem schwachen Gesamtumfeld stark sind, wie stark sind die erst, wenn der Gesamtmarkt auch stark ist. Natürlich gibt es immer Aktien, die ein bisschen korrelieren, die einfach davon profitieren, wenn der Gesamtmarkt schwach ist oder stark ist, je nachdem. Das gleiche gilt ja auch andersrum, um solche, ja, solche Sachen einfach zu finden. Das gleiche, jetzt ein anderes Beispiel ist, um zum Beispiel Korrekturen herauszufinden. Das finde ich auch sehr, eine sehr interessante Art. Wir klicken also uns folgendes zusammen. Ich bleibe bei, genau, ich bleibe bei Aktien und ich sage, ich möchte mir jetzt, achso, Hintergedanke ist, ich möchte Aktien finden, die stark gefallen sind, aber die momentan in der Korrektur sind. Dann sage ich also, in der Monatsveränderung hier vorne, zeige mir Aktien an, die auf jeden Fall mindestens ein Prozent gefallen sind. Habe ich hier schon mal eine gute Auswahl. Mal gucken, wie weit wir hier runterkommen, ob wir auch noch stärkere finden, fünf Prozent. Selbst bei fünf Prozent finden wir sehr viel. Also die Monatsveränderung von den Aktien, die war zum Teil bei 30 Prozent. Also das ist eine sehr große Auswahl. Da können wir noch ein bisschen stärker filtern. Genau, sieben und ein halb Prozent. Da haben wir eine ganz gute Liste von starken Verlierern. So, und jetzt möchte ich aber mir die Aktien herausfinden, die wahrscheinlich momentan schon eine Korrektur anfangen. Dann kann ich das Ganze so beitragen, dass ich dann zum Beispiel sage, die Distanz zum Low. Wir haben hier die Filter, Distanz zum Low und die Distanz zum Low der letzten 20 Candles. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf D1 bin, dann scannt er natürlich das Low der letzten 20 Tagescandles, also quasi das 20-Tages-Tief, nehme ich den Filter raus, dann prüft er alle Zeitintervalle, die wir haben und würde ich den beispielsweise auf Stunde eins setzen, dann könnte ich, dann würde er das Tief der 20-Stunden-Candles davon nehmen. Aber ich belasse es bei Tagescandles, zeige mir nur Aktien an und zeige mir die an, die mindestens 7,5% gefallen sind im Monat. Und jetzt will ich noch den Distanz zum Low-Filter nehmen, indem ich sage, Distanz zum Low der letzten 20 Tage sollte beispielsweise 2% ab Unterschied sein, also weg sein vom Low. Das bedeutet, wir haben halt beispielsweise jetzt hier im Chart hier unser Low gehabt und der Kurs soll dann mindestens x% wieder von weggelaufen sein vom 20-Tages-Low. Das kann ich halt einstellen, indem ich jetzt hier sage, Distanz zum Low über 2%. Und dann sehe ich schon mal die Aktien, die stark gefallen sind, aber auch wieder stark korrigiert haben. Und damit wir eine kleinere, eine selektivere Auswahl haben, gehe ich hier noch ein bisschen stärker und schaue mal, ob wir auch welche haben, die, uch, das war der falsche Filter, das war der hier oben, genau, Distanz zum Low 3%, da haben wir noch eine gute Auswahl, gehen wir noch, dann gehen wir auf 4% und dann haben wir jetzt also eine Auswahl an Assets, die im Monat stark gefallen sind, aber auch wieder stark korrigiert haben. Nehmen wir uns, welche nehmen wir uns raus, gucken wir uns einfach mal die Google an. Genau, Google haben wir hier. Drücken wir MetaTrader, einfach Enter, geben das Symbol ein. So, wir werden hier auf Tageskandels unterwegs, also gehen wir auch hier wieder auf die Tageskandels und wir suchen noch ein bisschen rein. So, was sehen wir also? Wir sehen jetzt die Assets, die mindestens 7,5% gefallen sind und gerade sich ein bisschen in der Korrektur bewegen. So, und bei Google, da haben wir eine Monatsveränderung von 9% und wir haben jetzt eine Distanz zum Low von 4,2%. Ja. Das haben wir, wenn wir hier das starke Low, das ist die eine Kandel, die das Ganze ausmacht, das ist jetzt optisch nicht so ein schönes Musterbeispiel, aber per Definition ist es zum Beispiel so. Wir nehmen auch eine andere Aktie, nehmen wir die V, da haben wir das gleiche Beispiel, wir haben jetzt hier das Low, das war wahrscheinlich hier das Low und davon sind wir über 20% weg. Aber wir können mit, wie haben wir hier? 2-Filter, 3-Filter, die Aktien ganz einfach herausfinden, die auf eine, die stark gefallen sind und jetzt in einer Korrektur sind. Natürlich, das ist immer ganz wichtig, das verwechseln hier ganz viele, das Ganze, das sind keine, keine, keine Mustards, weil Sie sie sofort durchführen können. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich nehme jetzt mal ein einfaches Beispiel, zeige mir mal alle Candles, alle Assets an, die 5 grunde Tagescandles haben, Tagescandles haben wir nicht, wir haben hier Monalscandles, also ich kann jetzt nicht sagen, die SAP hat jetzt sechs grüne Monatscandles, dann gehe ich jetzt einfach short. Also, das sind natürlich keine, keine fertigen Signale, die wir stur nachhandeln können, sondern es filtert uns einfach die Auswahl und im Grunde genommen passt der Filter zu jedem, zu jeder Anlageart oder jeder Strategie, die wir halt haben. So, wenn ich also, wenn ich jetzt der Korrektur-Trader bin, dann könnte ich das jetzt so durchführen, wie ich eben zum Beispiel gesagt habe, wenn ich, wenn ich signifikante Punkte haben möchte, die ich handeln möchte, dann nehme ich zum Beispiel die Pivot-Punkte und achte darauf und mit kleinen Detailfiltern, das werden wir wahrscheinlich von der Kategorie noch ein bisschen besser aufbauen, dass man das auch besser versteht, können wir auch eigentlich bis ins kleinste Detail noch filtern. Also, wenn ich sage, ich gehe jetzt wieder auf die, ich gehe noch auf Stundenbasis, ich sage, zeige mir die Assets an, die mindestens 10% gefallen sind im Monat, immer noch eine große Auswahl und ich will jetzt die Korrektur haben. Dann sage ich natürlich wie eben, die Distanz zum Low, die sollte 5% sein und eine kleine Auswahl, dann nehmen wir nur 3%, um ein bisschen mehr zu haben und dann kann ich das Ganze nochmal verfeinern, indem ich dann zum Beispiel sage, der Kurs muss über dem High von gestern sein. So, und jetzt habe ich nur noch 2 Assets und damit habe ich das Ganze oder meine Herangehensweise noch etwas verfeinert. Schauen wir uns einfach mal eine Aktie an. So, da sehen wir das Ganze, der letzte Mord war negativ, wir sind vom Low etwas weiter weg und wir sehen hier auch den letzten Filter, der Kurs ist über dem High von gestern, das High war hier von gestern und wir sind drüber gegangen. Das sind so kleine Detailfilter noch, um das Ganze, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, je nachdem, wie gesagt, keine festen, keine Handelsempfehlungen, sondern es filtert uns das Ganze. Und wie wir das Ganze traden, das liegt natürlich an uns. Keine Frage, der Probe-Screener ist das kein Signalgenerierer, sondern er unterstützt uns im Trading, um einfach die Assets zu finden, die wir wirklich brauchen. Und die Herangehensweise, wie gesagt, keine Empfehlung, das liegt einfach an unserer Strategie, wenn wir sagen, wir handeln jetzt hier die Korrekturen, dann können wir das auf unsere Watchliste nehmen, wir können hier, wenn es zu unserer Strategie geht, Long gehen und den Stomp entsprechend passend, das alles liegt an uns. Das werden wir vom Probe-Screener nie vorgeben. Das ist nicht unser Ziel. Wir sind tatsächlich kein Strategielabor oder kein Signalgeber. Was wir aber weitermachen werden, ist, solche Filterinspirationen einfach zu geben, damit man einfach ein paar Kombinationen von Filtern an die Hand bekommt, wo man sagt, okay, das ist ein guter Filter, um das für meine Strategie einfach anzupassen oder, ja, da anzupassen, das passt es am besten. Anderes Beispiel. Ich nehme alle Filter wieder raus. Ich sage jetzt zum Beispiel, was nehme ich noch als Beispiel? Ich möchte vielleicht die Assets handeln, die in einer Range sich bewegen. Also ich sage, ich warte drauf oder ich will Assets haben, die in der letzten Zeit sich kaum bewegt haben und ich setze darauf, dass die irgendwann ausbrechen. So, wie kann ich das Ganze machen? Zeit und dabei lassen wir erstmal auf. So, ich habe es vorher auch noch nicht ausprobiert und daher sehen wir gleich mal, ob das funktioniert. Also, ich würde so herangehen. Die Monatsveränderung, die würde ich auf klein stellen. Monatsveränderung würde ich auf klein stellen, macht das Sinn in dem Fall. Ich setze die auf kleine 1%. Haben wir auch die großen. Das macht in dem Moment gar nicht so viel Sinn. Das ist negativ. Gucken wir die Tagesveränderung. Das wird schon eher ankommen. Wenn wir bei der Tagesveränderung sagen, die Tagesveränderung sollte kleiner minus 1% sein und die Wochenveränderung sollte auch kleiner 1% sein. Kleiner minus 1% meine ich. Dann haben wir schon mal eine große Auswahl. Jetzt haben wir keine Kategorien gefiltert. Also, wir sehen alle, wir haben keine Zeitfenster gefiltert und dadurch, dass wir keine Zeitfenster zum Beispiel gefiltert haben, sehen wir natürlich auch Assets öfters. Das heißt, wir sehen alle Zeit in der Walle, wo die Filter greifen. Entweder sehen wir alle zum Teil oder wir sehen nur bestimmte. Also daher nicht wundern, dass die Assets hier öfters auftauchen. Wie gesagt, das kommt ja auch die Zeit in der Walle an. So, aber wir wollten jetzt Sachen finden, wo die Range möglichst gering ist. Also gucke ich mir jetzt, haben wir jetzt hier unten in der Tabelle die Tagesveränderung, die Wochenveränderung und somit hätte ich hier, wenn ich das Ganze, wenn ich hier den Fokus auf die Wochenveränderung und auf die Tagesveränderung lege, dann könnte ich mir hier zum Beispiel die Assets heraus suchen, wo beide Zahlen gering sind. Also wo wir momentan eine kleine Bewegung haben, also heute und wo die ganze Woche relativ klein ist. Also so hier, in die Aktien, da haben wir eine kleine prozentuale Veränderung. Hier wiederum die Aktien, die werden nicht so passen, weil wir da schon relativ viel Bewegung haben. Und das Ganze könnte ich mir zum Beispiel noch optimieren mit einem, ja ein ATR beispielsweise. Das wäre so das Passendste dafür. Das steht auch auf unserer Liste für ein nächstes Update, dass wir sagen, dass wir das Ganze vor AC erweitern, was wir momentan gemacht haben und wir dann sagen, dass der ATR noch kleiner sein soll, dass die Bollinger-Bänder zum Beispiel noch mal enger sein sollen, um das Ganze zu verfeinern. Also so könnten wir beispielsweise Assets herausfinden, die, ja, die in einer Range befinden. Noch ein anderes Beispiel, bevor ich wieder auf die, auf die nächsten Fragen eingehe. Was auch sehr beliebt ist, ist halt das Handeln von Hochs und von Tiefs, also von relevanten Hoch und Tiefs. Jetzt nicht auf Minutenbasis und Tiefs oder Hochs von den letzten 10 Candles, sondern schon eine relevantere. Und dafür würde ich jetzt auf Tages 1, Day 1 hier oben stellen und ich würde sagen, zeig mir die an, wo die Distanz zum Low, nicht heute, sondern die Distanz zum Low der letzten 20 Tage, ich sag mal, also wir wollen die haben, die relativ nah am Low sind, so, das heißt, wo die Differenz kleiner, äh, größer 0,2 ist, die haben eine relativ kleine Differenz, aber wir sehen auch die großen und ich würde mir jetzt zum Beispiel, wenn ich auf der Suche bin nach Aktien, die nah am Hoch sind, die suchen, wo wir hier die Distanz, äh, am Tief, wo die Distanz zum Low relativ gering ist. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier unter einem Prozent haben, heißt es, der Kurs notiert quasi sehr nah am Low. So, je höher die Zahl ist, desto weiter ist es weg. Und beides, das ist wie gesagt, abhängig von unserer Strategie, beides können wir, ähm, halt nutzen oder umsetzen. Ich kann es also noch ins Extrem schieben und sagen, ich möchte nur Assets haben, wo die Distanz zum Low über 5%, gehen wir noch weiter, über 10% ist, hier nur eine kleine Auswahl. Ich habe zum Beispiel, ähm, einmal 27%, das heißt, wenn wir gleich in den Chart sehen, ähm, schauen im Mediatrader, wenn wir sehen, dass das Low innerhalb der letzten 20 Tage schon weit weg ist, und zwar 30%. Schauen wir uns das hier einfach an. Enter, Symbol angeben und wieder Enter. Wir waren hier auf Tagescannels, genau, wir sind halt hier das Low, das ist hier gewesen, der letzten 20 Tage, oder wahrscheinlich auch hier vorne, müssen wir nur durchzählen, und wir sind weit weg. Der Kurs ist wieder weit weg, und hier können wir nachdem, welches, welches Setup wir fahren, ähm, das Spiel spielen, dass wir einfach darauf setzen, dass die Korrektur weitergeht, äh, dass wir das Low noch mal erreichen, aber wie gesagt, bitte unbedingt nicht verwechseln, das sind keine, keine fertigen Handelssignale, sondern sie liefern uns einfach die Assets, die zu unserer Strategie, oder zu unserer Herangehensweise passt. Und hier, abhängig von unserer Strategie, können wir uns den Gesamtschart angucken, können wir die Charttechnik betreiben, unsere anderen Indikatoren, die wir haben, noch hinzufügen, äh, und ich werde unsere Setups finden. So, so ist der Workflow, äh, wenn Sie den Forex Grüne halt nutzen. Wie gesagt, momentan ist die Auswahl von den Assets noch relativ gering, die Filter sind auch noch relativ, äh, überschaubar, aber, ähm, mit dem nächsten Update, werden wir hier schon wieder auf ein ganz anderes Level kommen, und dann, ähm, können wir noch viel, viel, viel mehr Kombinationen bauen, und auch noch viel mehr in die Feinheiten, oder in die Detailzeit gehen. So, dann schaue ich mal wieder in die Fragebox rein. So. So. Ich sehe aber jetzt noch keinen signifikanten Vorurteil, nur zeigen, was er kann, können viele andere Forex Ampeln ja auch. Am besten mal bitte mit Beispiele machen. Ja, ich denke mal, das haben wir jetzt in den letzten paar Minuten, äh, schon gezeigt. Da gucken wir mal weiter. Gibt es eine Aufzeichnung, könnt ihr erst jetzt einsteigen? Ja, klar. Die gibt es, äh, wie gewohnt wahrscheinlich relativ schnell wieder auf dem YouTube-Kanal von, ähm, FXWert, aber wir werden das Video dann auch noch bei uns auf der Seite verlinken. Das gibt es auf jeden Fall. Wo zu finden? Ja, genau, auf dem YouTube-Kanal. Ähm, sind auch andere Broker vorgesehen und wo kann man diese nachlesen? Ja, ähm, momentan, ähm, auch speziell für das Webinar heute, ist die Datenbasis hinter dem Forex-Wena an, ähm, FXWert angepasst. Natürlich hat FXWert nicht alle Assets auf der Welt im MetaTrader handelbar und wir werden das Ganze auch nicht darauf beschränken, sondern wir werden auch noch weitere Kurse hinzufügen, die es halt nicht bei FXWert gibt. So, das heißt, wenn Sie also, ähm, weiß nicht, vielleicht haben Sie noch ein Konto zum Beispiel bei AirBee und Sie möchten auch noch andere, äh, bei CapTrader noch andere Aktien handeln, die es nicht im MetaTrader gibt, dann wird das auch damit möglich sein, weil wir versuchen, möglichst, also das Ziel ist natürlich, möglichst viele, das beste Ziel ist, alle Assets hier drin zu haben und das zu filtern und das ist dann auch abhängig, unabhängig von den Assets, die es jetzt bei FXWert zu handeln gibt oder nicht. Also, das wird auch noch kommen. Da, ich denke mal, der ganze Forex, wie da steht und fällt einfach damit, dass wir, ähm, viele Filter haben und auch eine große Anzahl an Assets haben, denn wir wollen ja möglichst den gesamten Markt checken nach Gelegenheiten, die, ähm, zu uns passen. ATR ist das Wichtigste, ja genau, das stimmt, das steht auch ganz groß auf unserer Liste, damit kann man auch sehr, sehr viel machen, um einfach so, die bisschen die Volatilität, äh, zu scannen oder zu testen. So, sind die Ergebnislisten sortierbar? Nein, sie sind momentan noch nicht sortierbar, aber auch das steht auf unserer To-Do-Liste. Momentan geht es natürlich noch ein bisschen, wenn die Filter recht eng eingestellt sind, aber da gebe ich Ihnen vollkommen recht, wenn wir hier viele Assets haben, die auf Zugreifen, dann ist es manchmal ein bisschen anstrengend, wenn man hier durchscrollen muss und die Sachen draus suchen muss. Also, das wird auch kommen, das steht auch auf unserer To-Do-Liste, sowie noch ganz, ganz viele andere Dinge in dem Bereich. So, was noch wichtig ist zu wissen bei dem Ganzen, ist halt wirklich, ähm, dass wir hier momentan noch in einer, ja, in einer offenen Beta-Phase sind, wo wir am Ende so langsam angekommen sind, was, äh, die Testphase angeht und, ganz wichtig nochmal zu sagen, das Ganze ist nicht in Stein gemeißelt. Das heißt, wenn Sie sich den Vorrausspinner angucken und sagen, naja, aber mir fehlen hier irgendwie der EMA, mir fehlt der 10er EMA, der ADX und noch ein paar andere Indikatoren, dann würde es auf jeden Fall sehr, sehr wahrscheinlich bald kommen. Also, wie gesagt, der Vorrausspinner steht und fällt ganz klar mit den Filtern und mit der Auswahl an Assets. Wenn wir jetzt hier nur 10 Assets haben, dann bringen wir uns das natürlich nichts und was wir momentan auch im Feedback erhalten haben von den, ähm, den Testern, die, die momentan das Ganze auch nutzen, äh, wir haben sogar momentan schon knapp über 1000, ähm, Nutzer, die den Vorrausspinner auch nutzen, das heißt, nicht nur den Account erstellt und dann lieber eingeloggt, sondern wirklich nutzen und, ähm, die lieben auch gerade die Kryptowährungsfunktionen. Wie gesagt, momentan haben wir hier nur den, den Bitcoin drin, den haben wir heute nur reingeschoben, wir haben, ähm, davor auch eine große, große Auswahl gehabt an Kryptowährungen, das wird wahrscheinlich morgen oder Anfang, Mitte nächster Woche auch wieder reinkommen, dass wir die große, breite Masse an Kryptowährungen haben und das ist natürlich auch für viele, äh, oder von vielen gerade gerne gesehen, weil es halt auch dafür nicht so ein Wirk, also es gibt natürlich ein paar Screener, aber nicht auf dem Niveau, wie wir hier zum Beispiel unterwegs sind. Das ist ja unser Ziel, dass wir wirklich alles miteinander vereinen und, ähm, unabhängig davon, das ist ja gar nicht, eigentlich unsere Aussage, ob wir jetzt Kryptowährungen in Zukunft haben oder nicht. Hier geht es ja nicht, speziell nicht um, um die langfristige Anlage, sondern wir wollen hier momentan einfach ein Bild haben. Vielleicht sehen wir hier plötzlich Kryptowährungen, ähm, es gibt ja Unmengen an Kryptowährungen, wenn wir uns die ganzen dann filtern und sagen, momentan fällt zwar alles, aber ich möchte einfach mal sehen, welche, welche Kryptowährungen bewegen sich gerade, wo ist gerade Bewegung, dann würden wir die hier mit dem Filter oder mit den beiden Filtern auch relativ schnell sehen. das ist ja das Ziel, dass wir ohne große Arbeit, äh, möglichst schnell uns die Assets finden, die wir brauchen. So, schauen wir noch weiter. Äh, kann man die Ergebnisse exportieren, zum Beispiel in eine CSV-Datei? Das ist auch ein sehr guter Vorschlag. Vielen Dank dafür, das nehme ich auch gerne auf. Export in eine Excel-Liste, zum Beispiel, genau. So, dann sind wir soweit eigentlich auch erst mal am Ende angekommen von dem Fahrplan. Ähm, mit dem Full-Spinner generell könnten wir eigentlich, könnten wir uns wochenlang jeden Tag beschäftigen. Ähm, steht und fällt halt auch ein bisschen natürlich mit dem aktuellen Markt. Das heißt, wenn wir gerade, äh, keine Bewegung haben, dann finden wir nicht allzu viele interessante Setups, als wenn wir Bewegung haben. Ähm, wir müssten eben theoretisch den ganzen Tag nutzen oder beobachten oder den ganzen Tag ein Webinar machen, um den möglichen Einsatz zu sehen. Auf, äh, ja, auf komm raus finden wir natürlich jetzt keine, keine Setups, die genau jetzt funktionieren. Das ist immer eine kleine Glückssache. Aber, äh, das war auf jeden Fall nicht das letzte Webinar und, äh, wie gesagt, Vorschläge, bitte immer gerne her damit. Deswegen haben wir auch schon ein paar E-Mails bekommen mit weiteren Vorschlägen. Das, äh, wird wirklich sehr ernst genommen und das setzt mir auch Zeit mehr um. Also, wenn jetzt noch Fragen kommen, gerne her damit, wir haben noch ein paar Minuten. So, T-Filter, Aktien, US- und Aktien.de, ja, nehmen wir auch gerne mit auf. Was die Kategorien angeht, werden wir es ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen ausbröseln. Das heißt, wenn wir jetzt, ähm, unsere Asset-Kategorie oder unsere Liste an Assets, die im Hintergrund laufen, ähm, noch größer wird und wenn wir es ja auch noch ein bisschen feiner justieren, dass wir mal gucken, vielleicht sagen wir dann auch als Filter-Kategorie, ähm, deutsche Aktien, US-Aktien, ähm, dass wir vielleicht die Major-Filter, äh, Major-Future-Pare, Forex-Paare noch filtern mit dem Nebenwert und so weiter. wie gesagt, gerne her mit den Ideen und die, eine große Neuerung, die, denke ich mal, für viele auch sehr interessant ist, ist halt wirklich die Chart-Funktion und hier haben wir momentan, läuft die nur intern noch in Testphasen, wenn wir da in dem Deal mit TradingView erst seit ein paar Tagen abgeschlossen haben. Das heißt, wir haben dann hier auf der Detailseite oben einen Chart, der wirklich TradingView, wer die Charting-Plattform kennt, ähm, die kostet leider mit, also es gibt eine kostenlose Version, aber ich glaube, wenn man sie wirklich nutzen möchte und auch von Zeit in der Wahl recht klein sein möchte, muss man dafür zahlen und wir kriegen jetzt halt hier mit dem Forex-Filter hin, dass wir genau die Daten aus dem Metatrader ziehen, die wir halt hier kennen, zum Traden und dann halt hier einen interaktiven Chart haben, wo wir auch Linien reinzeichnen können, wo wir, wenn wir halt sagen, wir haben hier einen Hammer gefunden, dass wir das nicht nur theoretisch hier unten sehen, sondern dass wir es dann auch im Chart eingezeichnet sehen, also dass wir dann quasi hier einen Pfeil dran haben, steht ein Hammer, ähm, dass das, ja, dass wir dann nicht erstmal ewig suchen müssen, 1, 2, 3, 4, 5, ach, hier ist ein Hammer, okay, sondern dass wir doch nochmal visualisiert haben später. Aber macht die Arbeit natürlich nochmal, äh, einfacher und kürzer zum, zum Finale-Trade dann. so, so, wir haben noch 2, 3 Minuten, ansonsten sind wir sonst auch durch, wie gesagt, wer interessiert ist daran, kann sich sehr gerne ohne Verbindlichkeiten auf der Startseite bei uns vor, x-greener.de einfach einen kostenlosen Account erstellen, völlig unabhängig, ob Sie am iPad sitzen, am Mac, am PC oder was auch immer es noch für Geräte gibt, ähm, sitzen, einfach auf kostenlos anmelden klicken und dann können Sie sich auch schon den Account erstellen und dann bekommen Sie sich ja nach 2, 3 Minuten in der Regel sofort abhängig, wie viel gerade los ist, gibt es dann auch schon die Zugangsdaten. Wir haben auch nochmal hier eine kleine, ähm, Liste mit allen Filterfunktionen aufgebaut, wo man sich das Ganze nochmal ein bisschen in Ruhe durchlesen kann, was, was eigentlich macht, welche Formation, welche Preisfilter wir haben und so weiter und, wenn wir im Filter sind, dann können wir auch einfach mit der Maus über einen Filter gehen und dann bekommen wir nochmal die Erklärung. Manchmal ist das nicht direkt verständlich, weil wir wollten jetzt ja auch keine halben Romane reinschreiben in die Filterlisten, deswegen einfach mit der Maus draufgehen und wir sehen sofort eine kurze Erklärung. Wenn die nicht reicht, haben wir nochmal die Detailseite mit allen Filterfunktionen, wo es nochmal ein bisschen genauer erklärt wird. So, gut. Weitere Fragen sind nicht gekommen. Viele Vorschläge sind gekommen, das freut uns auf jeden Fall und dann sind wir eigentlich auch schon am Ende angekommen. Ja, super. Vielen Dank, David. Ja, wirklich sehr interessant, vor allen Dingen auch, was eigentlich noch alles möglich ist mit dem Forex Greener und was du auch schon gesagt hast, was noch alles noch in Zukunft dazukommen wird und auch das, was hier noch nicht ausgesprochen wurde. Ich denke mal, noch ein paar Überraschungen sind noch in der Hinterhand. Vielen Dank an die Teilnehmer für die ganzen Fragen und Vorschlägen. Ja, schön, dass Sie da entsprechend hier Interesse gezeigt haben und auch mitgemacht haben. Aufzeichnung kommt wie immer so schnell wie möglich online. Nutzen Sie die Zeit, um den Forex Greener zu testen und bei Fragen gerne sich an uns wenden oder natürlich auch direkt an das Forex Greener Team und ja, da wird es sicherlich demnächst noch weitere Neuigkeiten dazu geben. Sie werden da entsprechend informiert werden und verfolgen Sie einfach auch die News auf den Seiten bei uns und auch bei Forex Greener sowie AlgoCamp und bis dahin wünsche ich natürlich alles Gute. Wir sehen uns hier mit David im nächsten Monat wieder. Ich habe das Datum jetzt noch gar nicht so im Kopf, aber einfach bei uns auf der Webseite schauen. Da können Sie sich entsprechend auch für die nächsten Webinare anmelden. Hey David, ich bedanke mich nochmal, wünsche allen noch einen schönen Abend und wie immer hast du das letzte Wort. Ja, vielen Dank. Auch vielen Dank von mir an die Teilnehmer. Wir haben wirklich viele heute dabei, auch sehr viele Vorschläge erhalten, was uns immer sehr, sehr gefreut und ja, es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu bleiben, immer mal wieder einen Blick auf den Forex-Skinder zu werfen, was Schulungen angeht, was Funktionen angeht. Da sind wir gerade am Anfang und da werden wir noch viel, viel nachliefern und nachbauen, sodass wir hier am Ende wirklich ein Produkt haben, was auf jeden Trader passt, wo jeder Trader seine Filter hat und die ganzen Sachen auch für sein Trading effektiv nutzen kann. Es wäre natürlich auch zu sehen, dass wir noch weiter in die Praxis gehen, um das Ganze verständlicher zu gestalten, einfacher zu gestalten und ja, in diesem Sinne, vielen Dank für die Vorschläge, für Ihre Zeit und ich wünsche viel Spaß mit dem Forex-Screener und auch einen wunderschönen guten Abend. Tschüss. 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 Vielen Dank.